Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von UltraDespairGirls. Es geht also weiter. Wir müssen jetzt hier raus und dann müssen wir da rüber. Und ich hoffe, dann erwischen wir diesen kleinen, ey, der uns den Schlüssel geklaut hat. Jetzt reicht's aber so langsam mit der Flucht, ey. Ich will den wirklich so langsam erwischen, ne? Aber könnte auch wirklich sein, deswegen... Aha! Was ist das denn? Wieder ein Rätsel, ha? Challenge. Der Schlüssel befindet sich in diesem Safe. Er wird sich nicht öffnen, wenn ihr Gewalt anwendet, also versucht es erst gar nicht. Wenn ihr den Safe öffnen wollt, müsst ihr mein bestes Rätsel lösen. Der Grund, warum ihr die Antwort nicht sehen könnt, äh, liegt darin begründet, dass ihr nicht wie ein Detektiv denkt, wie ein Detektiv. Kid. Kind. Wie ich schon sagte, du Girl, wir sind nicht hier, um mit dir zu spielen. Ein Kind, das uns dazu herausfordert, äh, ja, zu einem Rätsel herausfordert. Er hält nicht wirklich viel von uns, oder? Toko, wir dürfen nicht gegen ihn verlieren. Was? Du willst einfach mitmachen? Müssen wir wohl, oder? Oh, da ist ein Geschenk. Äh, was ist das? Detekt? Oh, wie cool. Ein weiteres Tutorial für dich. Scheint, als hättest du Detekt eingesammelt. Damit kannst du Dinge offenbaren, die dem nackten Auge unsichtbar sind. Aber nicht so Dinge wie Liebe oder innere Dämonen. Dafür nicht. Jedenfalls, schau dir doch mal die Graffiti an, die die Kinder mit einer besonderen Art von Farbe gemacht haben. Ja, du kannst halt Dinge, die man sonst nicht sieht, mit Detekt erkennen. Bevor du jetzt sauer wirst und mich einen Lügner nennst, probier es doch mal aus mit dem Porträt. Okay, darum geht es doch bei wahrem Graffiti. Übrigens. Ah, okay. An Orten, wo die Kinder Graffiti hergestellt haben, sieht man meistens Farbdosen. Genau. Wo es Schatten gibt, gibt es auch Licht. Wo es Farbdosen gibt, gibt es auch Graffiti. Sehr philosophisch. Sehr schön. Okay, na dann müssen wir das wohl sehr gut untersuchen. Da muss ich wahrscheinlich wieder ein Code eingeben. Das hier kann ich mir aber auch anschauen. Ein Gemälde, ein Bild. Okay, das scheint die Reihenfolge zu sein des Codes wahrscheinlich. Und wahrscheinlich erkennen wir irgendwie dann auf den Bildern, welche Reihenfolge das dann ergibt. Wartet, ich male mir das mal kurz ab. Dann kann ich das da direkt dann dazu schreiben, wenn wir das erkannt haben. Das ist sowas. Das ist dieses hier. So ein Spitzes und noch eine Brille. Okay. Dann schauen wir doch mal hier drüben nach. Ah, kann ich da noch was einsammeln? Sieht nicht so aus. Okay. Also, Detect. Das ist also ein Bart. Das wäre also an der dritten Stelle. Und was steht da? Ichiro Soneda steht auf der Plakette. Äh, okay. Das hat mir nur jetzt gar nicht so doll geholfen, wie ich dachte. Uh, geil. Aber sonst scheint hier nichts zu sein, hä? Aber inwiefern hilft mir das zu wissen, dass Ichiro Soneda ist? Gibt es hier denn irgendwo was, was auf eine Zahl hindeutet? Also, ich gucke mir jetzt alle einmal an. Barrett Wong. Heißt der hier? Der hier heißt... Heath Reed. Und der nächste heißt... Anthony Balfour. Okay, da ist eine 4 drin im Namen. Vielleicht war das überall und ist mir nur nicht so aufgefallen. Wartet mal. Das wäre also eine 4, ne? Wenn man danach geht. Hier haben wir den Typ mit der Brille. Das wäre der letzte. Heath Reed. Red Reed. Three? Three! Three ist da. Ah, jetzt sehe ich es. Der letzte. Drei. Und den hatten wir hier. Der war... Der erste, glaube ich. Die erste Zahl ist der hier. Was ist da drin? Äh... Red Wall. Two! Ach da. Oh Mann. Zwei, vier. Jetzt fehlt nur noch eine Zahl. Und zwar die hier. Und das ist... Äh... Chiro, Hiro, Iros, Rosso, Rosso, Oson, One. Oh Mann. Zwei, vier, eins, drei. Alles klar. Das war ja eine schwierige Geburt. Dann mal Randa. Das ist also... Zwei, vier, eins, drei. Ah, da bist du überrascht, hä? Ja, wie sieht's aus? Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Mann, du bist ja ganz schön aufgeregt, weil du ein kleines Kind besiegt hast. Hasse verdient, ey. Aber das ist doch gar nichts. Ach doch. Hat man nur nicht gesehen. Na gut. Und damit kommen wir zur U-Bahn. Das wissen wir eigentlich nicht wirklich. Das könnte auch einfach der Schlüssel zu irgendeinem Fahrradschloss sein oder so. Was soll ich dann tun? Ich weiß gar nicht, wie man Fahrrad fährt. Oh, nein, das... Das war nicht, was ich meinte. Schon in Ordnung. Wir sollten uns beeilen und es einfach ausprobieren. Mir reicht's mit dem Krankenhaus. Ja, du hast recht. Ja, das stimmt. So langsam hatten wir wirklich genug Krankenhaus. Mal gucken, ob wir automatisch rauskommen. Das wäre echt ganz nett. Dass wir nicht nochmal durchlaufen müssen durch das ganze Teil. Ja, sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch zurück zur U-Bahn. Scheinbar denkst du endlich so langsam mal positiv. So, wunderbar. Da ist auch schon wieder das Ufo. Wir speichern hier mal. Das zeigt uns wieder den Weg. Auch wenn es unnötig ist. Ich kriege das auch so hin. Aber naja. Wenn uns schon der Service geboten wird. Ach so, wartet. Wir schauen uns aber nochmal um. Ich hab hier irgendwo... Farb... Äh... Uh! Tutorial-Zeit. Lass mich dir eine andere Möglichkeit vorstellen, wie du Detect nutzen kannst. Wenn du dieses mysteriöse Glitzern findest, dann probier doch mal, Detect längere Zeit darauf zu verwenden. Dann siehst du deine liebsten kleinen Kinder. In jedem Kapitel sind fünf dieser Glitzerstellen versteckt. Es wäre super lustig zu versuchen, sie alle einzusammeln, richtig? All die coolen Kinder machen das. Aha, okay. If you say so. Und was passiert jetzt? Aha. Der Hero Masaru Daimon. Das war das. Vermutlich etwas, über das wir nicht nachdenken sollten, ja. Stimmt. Okay, wir gucken nur so ein bisschen uns um, ob hier irgendwo so Farb... Äh... Farbpackungen liegen. Iiih! Wow, geil! Nice shot, ey! Hey, hier ist jetzt quasi auch eine Abkürzung, ne? Ja, an sich schon cool, aber vielleicht sind halt irgendwo... Ah, Dance Ammo ist full. Wow, sind da viele. Wieso denn das? Äh, wenn ich jetzt quasi darauf machen würde, würde es mir auch anzeigen, dass ich nach links muss, ne? Ja. Wartet, ich will aber einmal kurz schauen. Ach, da kommen wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr lang. Wir verstellen uns ganz den Weg. Alles klar, na gut. Ich wollte es halt gern mal ausprobieren, aber dann halt nicht. Dann gehen wir halt durch dieses Gebäude durch. Wie es vom Spiel vorgesehen ist. Oh, ist das ein weiterer Challenge Room? Alles klar, dann machen wir das wohl. Was haben wir denn da? Vielleicht ein Herzchen? Nö, aber ist auch okay. Und da? Was ist diesmal unsere Aufgabe? Bei Monokumen. Okay, alle mit einer Explosion zerstören. Hm. Eigentlich müsste ich erstmal das Ding wegbewegen, ne? Hm. Ideal wäre vielleicht hinter so ein Ding. Dann bewegt sich das weg. Dann mache ich... Ach so. Ja doch, ich könnte trotzdem Dance of Dust Feech dann. Wird alle da hinlaufen. Hm, ich probiere es mal so. Okay. Also was brauche ich als erstes? Ich brauche als erstes Move. Alles klar, das hat doch schon mal geklappt. Ich weiß nur nicht, wann der weg ist. Wartet mal. Der darf nicht... von dem Auto... zerdeppert werden. Weil es sollen ja alle auf einmal erledigt werden. Also muss ich jetzt kurz warten. Oh Gott. So. Dann jetzt Dance. Dann jetzt der. Ach so, reicht das schon? Yay! Was? Das hat nicht geklappt. Scheiße, der eine ist nicht gekommen. Oh, da kriegen wir, glaube ich, keine super tolle Sache für jetzt. Naja, okay. Geschafft haben wir es trotzdem. Aber ich glaube, wir hätten irgendwie so ein extra bekommen. Beziehungsweise später eine bessere Bewertung oder irgendwie sowas, meine ich. Naja. Was soll's. Eigentlich habe ich es aber doch theoretisch schon richtig gemacht, oder? Da stimmt ihr mir doch zu, oder? Ich habe alles eigentlich gut gemacht. Memo. Ähm. Memoan von Masaru Daimon. Wow, mein Herz kloppt. Haha. Ich freue mich so darauf, es zu tun. Und ist das Paradies schon bereit? Eine Welt ohne einen einzigen Dämon. Ich kann endlich Weenie und Poop sagen, so viel ich will. Hahaha. Und keiner wird mir sagen, dass ich vorm Abendessen keine Süßigkeiten essen darf. Hahaha. Und um das bestmögliche Paradies zu erschaffen, muss ich der allerbeste Anführer werden. Ich werde alle zum Sieg geleiten. Okay, du kleiner, verrückter Junge, du. Äh. Ei, 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 ei. Nein, was mache ich denn da? Aber wäre es nicht besser gewesen, wenn er da an der Wand gewesen wäre? Eigentlich schon, aber ich weiß auch gar nicht, warum er hierher gelaufen ist. Voll so. Er hätte mal da hinten bleiben sollen. Ah, der erscheint jetzt auch wieder. Toll, die Batterie ist voll. Wartet. So. Supi. Jetzt explodiert das. Sehr schön. Und da ist aber wieder so eine Glitzerstelle. Wo ist jetzt nochmal die Tekt? Da. Wieso macht ihr schon wieder solche Geräusche? Ich mache doch hier nur die Tekt. Alles gut. Der Priester. Okay. Hä, was ist hier? Ach so, Batterie ist ja voll. Genau. Na? Was will mich gleich wieder überraschen hier? Nichts. Nur eine Ladezeit. Ein Loading Screen. Hier waren wir schon mal. Ja, ich erinnere mich. Wir sind fast am Eingang zur U-Bahn. Wir können ja einmal gucken, was der uns sagt. Hä? Da lang? Ach so, okay. Dann gehe ich erst da lang. Das können wir aber noch nicht wieder auslösen. Das hier ist versperrt. Aber da, guckt mal. Da ist wieder so eine glitzerige Stelle. Können wir ja mal wieder aktivieren. So. Dann haben wir jetzt auch noch den Fighter. Sehr schön. Ich weiß zwar echt nicht, was das bringen soll. Aber egal. Wir sammeln es einfach mal ein. Und jetzt wieder Break zur Sicherheit. Weil ich nicht weiß, was uns hier erwartet. Kommt doch bestimmt wieder irgend... Oh! Da unten. Schon wieder. Mensch. Die kommen ja alle auf einmal. Haben wir gleich alle fünf. Ich glaube, das ist schon das vierte, ne? Super. Bam! Ist da oben wieder so ein Monokuma mit den Bomben? Scheinbar nicht. Ich gucke mal erst mal da nochmal runter. Da ist auch nichts. Niemand, der uns überraschen will diesmal. Sehr verdächtig. Okay. Na dann halt runter. Ah. Ach, da ist der arme Typ. Lebst du noch? Eigentlich sieht es so aus, als würde er noch leben. Ah! Da wollte ich noch gar nicht rein. Also ich wusste nicht, dass da ein Ladescreen kommt. Okay. Was? Ah! Ja, nee. Ich gehe mal wieder hier raus. Ich wollte eigentlich schon da draußen gucken. Das war jetzt nur ein Versehen, dass ich hier reingegangen bin. Was haben wir denn hier noch? So. M-m-m. Da nichts. Okay. Dann würde ich sagen, können wir hier weiter. Da ist die Toilette. Ich glaube, wir werden auch gleich einen Cut machen. Ich werde mal hier hinten das machen erst mal. Genau. Ich würde sagen, wir werden jetzt hier die 500 auf jeden Fall einlösen für die Batterieeffizienz. Ja. Auf jeden Fall. Sehr cool. Und dann schauen wir nochmal, ob noch was für hier diese Bling-Dinger reicht. Hm. Ist nichts Neues dabei und nichts, was empfohlen ist. Also lasse ich es erst mal. So, dann haben wir aber hier drüben noch zwei Monomaschinen. Monomo. Die werden wir auch noch aktivieren. Yay. Sehr schön. Und hier könnte ich noch ein Herz gebrauchen. Yay. Perfekt. Meine Wünsche wurden erhört. Ich glaube, den Dialog werden wir dann erst in der nächsten Folge auslösen. Und dann geht es wahrscheinlich runter in den Subway. Na, endlich. Jetzt wurden wir mehrere Folgen lang durch die Stadt gejagt. Nur wegen dem Schlüssel. Aber Hauptsache, wir haben es jetzt geschafft. Wir haben den Schlüssel, der hoffentlich wirklich in den Subway führt. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir aus der Stadt rauskommen. Auch wenn ich weiterhin Bedenken habe. Wegen des Armbands. Aber naja, mal schauen. Meine Lieben, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Ultra Dispair Girls wieder. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.